Ja, morgen reisen wir nach Berlin zum ersten Vorbereitungsspiel in Berlin gegen Alba Berlin. Mein Ex-Verein ist der Ex-Verein von Sascha. Wir freuen uns natürlich sehr auf alte Mannschaftskollegen und auch aus der Nationalmannschaft mit Sven und Patrick Filmerling. Wir hoffen natürlich, dass wir ordentlich gegenhalten können, weil Alba Berlin natürlich schon eine Marke ist in Deutschland. Im deutschen Basketball und hoffen, dass wir da ordentlich bestehen können. Und dann am Sonntag werden wir in Jena, meiner Heimatstadt, auf den FC Bayern München treffen. Bayern München noch oralig ist, aber mit Ambition mit aller Macht aufzusteigen. Sie haben sich sehr stark verstärkt, gerade unter den Körben mit Alexander Natschwey und Darius Hau. Und zudem den deutschen Mundestrainer verpflichtet. Und zusätzlich noch die zwei Nationalspieler Steffen Hamann und Delon Green. Die wahrscheinlich am Sonntag noch nicht mit von der Partie sein werden, da sie noch mit der Nationalmannschaft aus der Türkei zurückreisen. Und ich freue mich natürlich seit langen Jahren, ich glaube seit fünf oder sechs Jahren mal wieder in Jena, ein Spiel mit meinem Verein zu tätigen. Und hoffen natürlich, dass wir das Spiel auch gewinnen können. Vielen Dank. Vielen Dank.